Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wir möchten, dass Sie natürlich auch in der Sommerzeit, in der Urlaubszeit und vor allem auch im Ausland super sicher fahren und immer einen stillen Zeugen mit dabei haben. Und nein, es ist nicht der Andreas, der da Platz nehmen wird auf ihrem Beifahrersitz, sondern die Dashcam wird im Auto montiert, richtig? Absolut richtig, die wird im Auto montiert, liebe Zuschauer. Ich würde mich allerdings auch ganz still und ruhig bei Ihnen im Fahrzeug verhalten. So, jetzt aber hier unsere Dashcam und da muss man ganz klar sagen, liebe Zuschauer, es ist jetzt die Sommerzeit, extrem viel auf unseren Straßen los. Deshalb kann natürlich hier so ein kleines Gerät, schauen Sie mal, was wir haben, wirklich ganz kompakt, wird bei Ihnen im Fahrzeug, innen an der Windschutzscheibe befestigt. Und das kann einfach für extrem viel Sicherheit sorgen und natürlich ein ruhiges Gefühl. Liebe Zuschauer, so eine Dashcam hier, die filmt nach vorne und nach hinten, weil wir hier eine ganz besondere Ausstattung haben. Wir haben zwei Kameras, Sie sehen es auch in der Beschreibung und die sind gut für eine 360 Grad Rundumsicht, liebe Zuschauer. Das heißt, hier haben wir die erste Kamera, die überwacht den Innenraum und jetzt drehe ich die Dashcam mal und dann sehen Sie hier vorne die zweite Kamera, die überwacht alles, was vor dem Fahrzeug los ist. Das heißt für Sie im Grunde wirklich 360 Grad und nicht nur, wenn vorne irgendwas passiert, sondern auch, wenn im Auto was passiert oder auch im rückwirkenden Bereich, dann haben Sie das alles hier auf einer Kamera. Und Sie sehen hier in dem Display, liebe Zuschauer, sehen wir aktuell eine Kamera aktiviert. Wir können das Ganze aber hier auf Knopfdruck bedienen und jetzt sehen Sie, schauen Sie, wir haben oben eine Kamera und unten eine Kamera und das sind eben hier diese beiden Perspektiven, die man gleichzeitig hier auch überwachen kann. Das heißt, Sie sehen immer, was vorne ist, was ist vorne los, sieht man natürlich auch, wenn man vorne zur Scheibe rausguckt, aber man sieht eben auch, was ist im rückwärtigen Bereich oder hinten auf den Rücksitzen los. Liebe Zuschauer, diese Kamera hier speziell für den inneren Bereich, schauen Sie, die ist auch flexibel, die hat hier so einen Kugelkopf. Das heißt, die kann auch so installiert werden, damit man nach innen immer den besten Blick hat, aber natürlich auch nach hinten zum Fahrzeug, zur Heckscheibe raus. Liebe Zuschauer, die Bedienung beziehungsweise auch die Anbringung in Ihrem Fahrzeug, die ist ganz einfach. Wir haben hier so eine Saugnapfhalterung, heißt, wird einfach an die Scheibe gepappt, hält dann auch bombensicher. Der Vorteil an so einer Saugnapfhalterung, liebe Zuschauer, das ist natürlich, lässt sich ganz schnell anbringen. Wir sehen es hier gerade und wieder abnehmen. Sie wissen natürlich, wenn man das Auto abstellt, dann ist immer so ein bisschen die Gefahr, ich will ja nichts liegen lassen, was man irgendwie mobsen kann. Deshalb kann man das dann einfach auch wieder wegpacken. Einfach hier, Entriegelung auf, Saugnapf lösen, Kamera ab ins Handschuhfach und fertig. Das ist schon mal das Erste. Aber Vivian, so eine Dashcam muss man natürlich sagen, wenn du jetzt unterwegs bist, egal ob du in Deutschland fährst oder einen Urlaubstrip machst ins Ausland. Ach, guck mal, das ist genial. Liebe Zuschauer, schauen Sie mal, jetzt sehen Sie das wirklich hier in groß auf Ihrem Fernseher, was beide Kameras filmen. Einmal nach vorne hier. Super scharf auch vor allem. Super scharf. Und einmal nach hinten. Das heißt hier wirklich, liebe Zuschauer, tolle Full HD Qualität, kommt da zu Ihnen nach Hause. Das heißt, wenn Sie mit dem Fahrzeug unterwegs sind und es geht alles gut, dann haben Sie immer tolle, tolle Fahraufnahmen von Ihrem Trip. Das heißt also, wenn Sie hier in die Berge fahren oder ans Meer, dann können Sie nachher immer so ein bisschen gucken, Mensch, wie hat denn die Landschaft hier auf der Route ausgesehen? Weil als Fahrer bekommt man da ja oft nicht mit und wenn man den Beifahrer mit filmen lässt. Vivian, du kennst das selber, im Autofilmen mit dem Smartphone. Das ist extrem wackelig und vor allem hast du ja immer noch eine Scheibe hier irgendwie zwischendrin. Das heißt, das gibt dann auch ganz komische Lichtbrechungen mit diesem Wackeln. Deshalb, das ist nie eine gute Idee und vor allem hier bekommt man eben diese tolle, tolle Full HD Auflösung. Ich fasse für Sie nochmal kurz zusammen. Sie bekommen hier eine Dashcam, die zwei Kameras hat. Zum einen die, die natürlich nach vorne filmt, was Sie selbst auch sehen aus der Windschutzscheibe. Aber auch eine zweite Kamera, die natürlich in den Innenraum nach hinten im Auto filmt. So und das mit einer Full HD Auflösung. Andreas hat es gesagt, super einfach mit der Saugnapfhalterung an das Auto. Natürlich, beziehungsweise an die Windschutzscheibe befestigt, aber auch abgenommen. Und das für maximalen Komfort und vor allem für Sicherheit. Wir schauen uns kurz eine Pressestimme an, bevor wir Ihnen noch weitere ganz wichtige Features nennen. Grip Checked. Fazit. Dashcam, Roadmovie, Unfallrekorder. Alles in einem. Herzlichen Dank. 123,45 Euro hier übrigens Ihr Spitzenpreis für eine von der Presse ausgezeichnete Dashcam, die Sie bekommen, die Ihnen jetzt Sicherheit gibt. Und da müssen wir, glaube ich, nochmal einhaken, Andreas. Wir haben anfangs über Sicherheit gesprochen und vor allem auch über das Ausland. Wie lässt sich das kombinieren und warum ist dann eine Dashcam hilfreich? Wir werden uns jetzt eine Situation angucken, liebe Zuschauer. Bleiben Sie unbedingt dabei. Und jetzt schauen wir gleich mal. Es geht hier um eine Verkehrssituation, die ist erstmal ganz unbietig. Wow. Und ganz schnell ist aus einer ganz alltäglichen Situation, Sie fahren hier auf einer Straße, eine ganz brenzlige Angelegenheit geworden. Hier ist sogar zu einem Unfall geführt. Beide Autos haben hier Kontakt gehabt, haben sich touchiert. Aber es ist natürlich, Sie wissen es selber, Sie haben es gesehen, es ist nur einer Schuld. Und zwar der, der hier geschnitten hat, liebe Zuschauer. Und das ist ja wirklich was, was uns allen jeden Tag, sobald wir im Auto sitzen, passieren kann. Und dann wird das natürlich schwer. Wie weist man jetzt nach, wer hat was gemacht, in welcher Situation? Natürlich versucht jeder, die Schuld von sich zu schieben. Und natürlich auch der, der hier den Fehler begangen hat, liebe Zuschauer. Und dann braucht man natürlich was, wo man das beweisen kann. Ein Mensch als Zeuge, da hören Gerichte oft nicht drauf, weil man sagt, er ist natürlich voreingenommen. Aber eine Kamera als Zeuge, die das alles wirklich in Sekundenbruchteilen mitgefilmt hat, wo man ganz genau nachgucken kann, nochmal sekundengenau das Band schieben kann und sagen kann, guck mal, das ist passiert. Das ist was, was wirklich unersetzbar ist an so einer Situation. Und liebe Zuschauer, hier muss man ganz klar sagen, für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis ist das wirklich ein geniales Gerät, was da zu Ihnen nach Hause kommt. Ganz viel Sicherheit für einen tollen Preis. Ja, Vivian? Thema Ausland, nochmal ganz, ganz wichtig, liebe Zuschauer. Thema Ausland, kann ich das mit in den Urlaub nehmen? Ja, unbedingt. Das ist sogar ein ganz, ganz wichtiger Tipp, gut, dass du es ansprichst, Vivian, im Ausland. Wo man eben auch die Sprache nicht spricht und dann mit den Behörden kommunizieren, mit der Polizei, mit den Gerichten, mit der Versicherung. Das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Deshalb, Bilder sagen mehr als Worte. Hier ist die Kamera wirklich fast zwingend notwendig. Und das hier zu einem spitzen Preis. Die Bestellnummer lautet NX4498 und die 569. Und da bekommen Sie, man muss es wirklich sagen, unsere Premium-Dashcam, die normalerweise 250 Euro kosten würde, für weniger als die Hälfte. 123,45 Euro TV-Sonderpreis. Hier bitte gleich zugreifen. Und auch hier nochmal der kleine Hinweis, dass wir ab 150 Euro Porto und Versand kostenfrei liefern und Sie gerne natürlich über den Tag verteilt Ihre Bestellung zusammenfassen können. Was aber wichtig bei Ihnen in der Dashcam ist, ist natürlich ein Speichermedium, damit Sie das Ganze auch festhalten können. Und da haben wir Ihnen gleich eine mit zum TV-Sonderpreis reingeholt für 17,05 Euro, 64 Gigabyte. Genau, 64 Gigabyte, liebe Zuschauer. Das ist wirklich die geeignete Speicherkarte hier für Ihre Dashcam. Ausreichend Speicherplatz wirklich für stundenlange Aufnahmen. Sie sehen es, Klasse 10, extrem schnelle Schreib- und Lesegeschwindigkeiten. Auch die Datenpakete an sich, die hier geschrieben werden müssen, das sind bei so einer tollen Bildqualität mit Ton natürlich immens viele. Deshalb unbedingt hier die Speicherkarte gleich mit dazu bestellen. Sony-Qualität spricht für sich. Da braucht man eigentlich gar nichts mehr sagen. Die wissen genau, was sie tun. Und liebe Zuschauer, der Preis, Preis-Leistung hier natürlich wieder eine Sensation. Denn 64 Gigabyte Sony-Qualität für 17,05 Euro. Da muss man wirklich andernorts lange danach suchen. Da fällt mir gerade die Speicherkarte um. Die Bestellnummer lautet ZX2697 und die 569 17,05 Euro. Gerne dazu bestellen zum einen für Ihre Dashcam, aber gerne, wenn Sie wünschen, natürlich auch so für die Kamera oder für andere Dinge, die Sie im Haushalt da so nutzen. Also, 123 Euro Paar zerquetschte für die Dashcam. Bitte jetzt zugreifen. Bitte einfach für Sicherheit sorgen. Ich sage Ihnen gerade in Deutschland, Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und Sie würden sich immer und immer weiter ärgern, wenn Sie jetzt heute hier nicht zugegriffen haben. Deshalb gleich in die Leitung gehen und bitte bestellen zum einen die Dashcam und dann auch das passende Speichermedium. Wir haben Ihnen gesagt, was Sie für eine tolle Qualität bekommen, wie einfach das Ganze in Ihrem Fahrzeug angebracht wird. Und auch gerade für Mietwagen ist es wirklich eine tolle Nummer. Denn man weiß ja nie, was da so im Ausland passiert. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine gute und vor allem eine sichere Fahrt in den Urlaub.